Einen schönen guten Morgen zum Wochenstart. Ich lade dich ein, heute einmal ganz bewusst innezuhalten und ganz ehrlich mit dir zu sein, wie das bei dir in deinem Leben ist, so mit Routinen, die du ganz bewusst in dein Leben geholt hast, um dir Gutes zu tun oder Gewohnheiten, die du irgendwo entwickelt hast und so ein Gefühl von, das mache, ohne viel zu überlegen und Dinge einfach zu tun. Und es ist schon super, wenn man gewisse Gewohnheiten hat, über die man nicht mehr viel nachdenken muss. Also ich finde es ganz praktisch, wenn man irgendwie am Morgen aufsteht und man muss jetzt nicht überlegen, wie komme ich eigentlich in diese Hose hinein und was mache ich mit welchem Fuß, wie. Also das ist schon super, vor allem, weil es in der Früh irgendwie auch darum geht, dass man aus einem Zustand, man ist ganz müde und verschlafen, eigentlich auch schnell wieder in die Gänge kommen möchte, um eben Dinge zu erledigen. Und heute in der Früh sagt meine Tochter zu mir, warum kann die Schule nicht eigentlich um neun beginnen? Und dann habe ich gemerkt, so ja, das stimmt, das war halt echt irgendwie, war halt irgendwie echt gut. Und dann sagt sie noch, aber wie, warum, warum kannst du bitte, wie geht es, dass du um fünf aufstehst? Das verstehe ich nicht. Und ich sage dann, weil es mir wichtig ist. Und ich merke in dem Moment, wie ich sage, es ist wirklich einfach eine andere Möglichkeit, in den Tag zu starten, wenn ich weiß, es ist mir wichtig. Und das für sich ist schon mal ganz eine zentrale Unterscheidung in dem, wie ich es früher gelebt habe, wo ich am liebsten einfach auch nur geschlafen hätte. Und einfach merke, es hat sich wirklich da viel verändert, dass ich sage, ich stehe gern auf. Es gibt Dinge, die mir wichtig sind und dafür stehe ich auch auf. Und ich stehe nicht nur auf, damit ich aufstehe und irgendwie schon voll in die Arbeit hineinsteige und irgendwie mein Ding durchziehe. Das mache ich nicht mehr und das habe ich schon gemacht. Also ich habe Zeiten gehabt, da bin ich aufgestanden und das Erste war, irgendwie meine Gymnastikübungen zu machen. Und die habe ich einfach gemacht und durchgezogen, weil ich wollte, dass mein Körper irgendwie fit ist und dass ich da in Schwung komme. Aber es war nicht irgendwie liebevoll. Genauso die Zeit, da weiß ich, wie ich dann schon als Trainerin im Fitnessstudio gearbeitet habe. Und ich habe natürlich dann gedacht, wie geil, ich kann gratis ins Fitnessstudio jetzt gehen. Und natürlich muss das irgendwie so sein, in Zeiten, wo ich eben nicht an Kurs habe, möchte ich das natürlich auch nutzen, weil ich muss das jetzt ausnutzen, dass ich da jetzt dann gratis ins Fitnessstudio gehen kann. Und bin wirklich in der Ruhe, habe ich meine vorgepackte Tasche genommen und bin um 6 Uhr schon zum Fitnessstudio, damit sie quasi an der Tür, weil nicht der Ersten bin, die ich reingehe und dann schon ihr Ding runterzieht und dann irgendwie in der Dusche das Gefühl so, ach, ich habe halt echt schon was gemacht. Und da war schon auch dieses, ich habe schon was für mich gemacht. Und ich sage nicht, dass das jetzt nicht, dass das keine Möglichkeit ist. Und ich denke, das wäre vielleicht auch, wenn ich das damals schon so in mir gehabt hätte, was ich jetzt in mir trage, würde das ganz anders ausschauen. Da wäre es mehr dieses, in Bewusstheit dort hinzufahren und in Kontakt mit mir, mit all dem, was mir ausmacht zu sein, wenn ich das mache. Und das ist etwas, was ich einfach auch einlade, die mir zu hinterfragen, bist du der Typ, der gelernt hat, einfach Dinge durchzuziehen und einfach dann tut und ein Stück weit so eine kampfes Energie und so. Und das mache ich jetzt. Und vielleicht ist es an der Zeit, da in eine andere Qualität zu finden. Weil das Thema ist, wenn man sich dafür kämpft, dass man Dinge tut, dann hat das nämlich einen Teil mit dabei, nämlich das, dass wir auch in das kippen. Und das kenne ich wirklich. Da war ich böse auf mich, wenn ich es nicht gemacht habe. Da war ich wirklich böse auf mich. Und jetzt ist die Frage, ist das so toll, wenn man dann irgendwie in eine Selbstanklage fällt und sie denkt mir auch so ein Scheiß und jetzt habe ich das nicht geschafft. Und weil dann gab es auch keinen Ausgleich für mich. Das hat mir nicht gereicht, weil es dann nicht, es hat mir nicht gereicht, dass ich sage, ja, aber ich habe am Abend eh ein Training oder dafür mache ich morgen irgendwie zwei Stunden am Crosstrainer. Also das hat mir nicht gereicht. Ich war einfach böse auf mich. Ich habe es nicht geschafft. Und ich habe mich dafür wirklich ein Stück weit, also ein Teil in mir hat mich dafür gehasst, dass ich es nicht gemacht habe. Und es ist einfach eine andere Qualität, eben ob ich jetzt den Kampf irgendwie mit den Dingen durchziehe und ich sage, ich habe in meinem Leben wirklich echt was geschafft dadurch auch, um dann irgendwann in eine Erschöpfung zu kommen und zu merken, Alter, das geht sich irgendwie alles nicht mehr aus. Und dann war ich wieder gefragt, was zu verändern, weil ich gemerkt habe, die Kampfenergie zu halten und dort immer zu geben und zu geben und zu geben, auch das ist irgendwo begrenzt. Und inzwischen habe ich gelernt, da einfach so eine Möglichkeit zu finden, um auch gut bei mir und gut mit mir zu sein. Und wenn ich jetzt aufstehe und meine Morgenroutine mache, ist es erst einmal nicht mehr der klassische Sport, nicht weil ich nicht weiter Sport mache und liebe, ich liebe meine Nierkurse, ich liebe die Vorbereitung auf meine Kurse, ich bewege mich wirklich viel, jeden einzelnen Spaziergang, den ich dann irgendwie mache. Also ich genieße das. Ich merke nur, ich bin nicht der Typ, der irgendwie um sechs Uhr in der Früh fähig ist. Mein System mag das nicht, um sechs Uhr in der Früh laufen zu gehen. Habe ich es gemacht? Natürlich habe ich es gemacht, weil ich einfach was machen wollte und für mich. Und ich habe mir bewiesen, dass ich das trotzdem kann. Ich habe bewiesen, dass ich Dinge kann, die ich gar nicht wollte. Aber das war auch wichtig. Und ich sage jetzt, es ist schon okay und ich kann vielleicht deswegen auch so viel besser verstehen, warum man solche Dinge auch macht, weil ich jetzt einen anderen Zugang zu dem habe. Und ich weiß, unabhängig davon, mit welcher Qualität machst du etwas oder machst du eben etwas nicht, geht es auch darum, wirklich etwas in einer Bewusstheit zu entwickeln. Und idealerweise ist es wirklich so, für mich kann ich sagen, eine Morgenroutine zu entwickeln, die meinem System entspricht. Ist für mich ein Zeichen, ich mache was für mich. Ich bin in Kontakt mit mir. Und das wiederum ist einfach so eine Basis von, ich bin als Ganze bereit, in den Tag zu gehen. Ich hole einmal alles das, was sonst irgendwie zerfledert wird, einmal zu mir. Da gibt es kein Facebook, da gibt es kein Handy, da gibt es einfach einmal eine Stunde nichts. Sondern ich bin da ganz mit mir und meinen Dingen. Und wenn du jetzt hörst, war es eine Stunde von für mich und jetzt muss ich dann auch um fünf Uhr aufstehen, oh mein Gott, und scheiße, und druckst jetzt schon irgendwie das Video weg, dann kann ich sagen, es ist einfach etwas, was sich entwickelt. Und für mich gibt es viele, viele Möglichkeiten, wie ich morgen Routine ausschauen kann. Und ich habe viele, viele Sachen ausprobiert. Es gibt eine Challenge auch bei den Transformstars in dieser geschlossenen Facebook-Gruppe, wo ich dich einlade, dazu zu kommen, wenn du dort noch nicht teil bist. Da wird das auch ein Thema sein, da wird es eine Challenge geben. Und dass ich dich auch einlade, das ist zwar jetzt, wenn man sagt, kurzfristig, wenn es um den Vortrag geht, morgen, aber ganz allgemein gibt es jetzt einfach so eine Vortragsserie von mir, wo ich die Menschen erreichen möchte, in ihrer Motivation dafür, dass sie in die Gänge kommen. Weil ich kann ganz anders Dinge umsetzen und in mein Leben bringen, wenn ich erkenne, dass das wirklich einen Sinn ergibt. Das ist meine Meinung dazu. Weil, wenn ich es mache, um mir selber etwas zu beweisen, dann wird das irgendwann ziemlich anstrengend werden. Aber wenn ich es mache, weil ich weiß, ich tue mir damit auch etwas Gutes, meinem ganzen System, meinem Körper, meiner Gefühlswelt, meinem Denken, meinem System, meinem Körper, Geist, Seel, System, dann ist das ganz eine andere Möglichkeit. Und das ist die Möglichkeit, zu der ich dich einlade. Deswegen, komm in die Gruppe, der Transformers, wenn du jetzt irgendwie in Resonanz gehst, überleg, schau mal rein, welcher Termin passt für einen dieser Vorträge. Ich bin morgen um 19 Uhr im Yoga-Zentrum. Und es gibt weitere Termine, schau dort, wenn du merkst, Yoga-Zentrum Mölling, das geht sich nicht aus, viel zu weit weg. Ich bin mobil, ich fahre Richtung Oberösterreich, Salzburg, Niederösterreich, ich bin quasi da noch auf dem Weg, wenn man sich jetzt ein bisschen mit Österreich-Geografie auskennt. Ich bin wieder voll fit, wenn meine Tochter, die Sachen triecht, wieder alles neu gelern. Aber es darf keine Ausreden geben, sondern es geht darum, wie kannst du von den Ausreden in Aktion kommen. Das ist meine Einladung, dafür stehe ich mit meiner Marke, mit Bandancer. Das ist das, was ich gelernt habe zu leben. Und da, wo ich jetzt in einer ganz eigenen Kraft da bin, nicht nur für mich, sondern auch für dich. In dem Sinn, eine kraftvolle, gesunde, gute Woche. Und ich frage mich, wann ich auch blinden werde. Seht ihr diese Kreise da? Das ist nämlich dieses Ringlicht. Und das ist zwar einerseits voll geil, weil es eine super Qualität macht, aber wenn ich da so herkomme und dann so, wo ich dann diese Klopfe beende, merke ich so, ach, aber ich finde ihn, nämlich jetzt.